Brocken Heute wurde das Plaket schon losgeschickt Oh, das ging schnell Ja positiv schnell Ich hab Pläne gefunden Wo sind die denn? In diesem Mann hier Von dir? Trampolin Oh mein, das ist viel Bon Okay, wir machen Abwechsel Warte, warte mal Wir werden den Visieren von den Briten oder so Ich ging um so ein Typ an meinem Fenster und er erzählte so Denn wenn, wird das startete singen? Ich dachte, what the fuck? Einsehende britische Popband will ja Deutschlands Jugend spinozisieren Wir müssen ja das Gas sammeln irgendwie Dieses Folgequests Auf Elementargas unterwegs Ähm, ich hatte heute in der Bank Weil ich habe meine Karte Verbaselt haben Vor mir war eine Weißt du, da hat die Bank angestellt immer so komisch geredet Äh, wir erhöhen das nicht Nicht erhöhen Können wir nicht erhöhen Was ist mit der los? Weil dann hat die Ähm, dann habe ich erst Da hat die andere erst angefangen zu sprechen Ähm, okay Ähm, you're doing it Now Äh, wir nicht erhöhen Oh mein Gott Questgegenstand Questgegenstand? Ne Wow, Arati Nein, ich muss den Questgegenstand nehmen Wobei mir ist Arati wieder weggegangen Bestimmt wegen dem Questgegenstand Wie blöd ist das denn? Damn Oh, wie blöd ist das denn? Bei mir auch Wie komisch Weißt du, wir haben das gerade und wirkt Und nicht mal bei einem Minimabus mehr da Als es verschwunden kommt, oder? Als wäre es nie da gewesen, oder? Ich steuere uns neu ein Ach, und vielleicht können wir das System so basteln Cool die Idee Na Ich würde mich da hier nicht verköckerern Verköckerlacken? Hm Brauchten wir nur eins, wir waren nur mehrere davon Äh, ich hab bei mir war nicht eins dabei Dir war nicht eins drin? Bei mir nicht Hä, wie kann das denn sein? Oh Bitte Oh, wie selten dieses Zeug ist Hat er die Mobs besser gemacht? Wir hatten doch mal irgendwo welche gesehen Ganz viele We're landing way da oben Oh Gott Oh, ich hab hier welche Wenigst zwei Ich hab hier eine Quelle Ich hab hier drei Stück bei mir Ich hab hier noch einen Den muss ich erstmal ausplönern Denn wir sind Piraten Und prügt an Für den Ruben Trinken aus Piraten Jo Ok, wir kennen alle den Film Aber er hat mich schlecht hingekriegt Mit dem Soundtrack Und das war noch gar nicht. Oh, Staubwirbeln, das wird dein letztes Mal gewesen sein, dass sie mir im Stau aufgewirbelt haben. Boah, dem hast ich gegeben, Kota. Kaufen Sie vorweg, vorweg staubt weg. War was drin? Ne. Boah, ist drin. Boah, ich freue mich so den Hammer einzusitzen in der Arena. Wir werden ja schon so oft, dass die so ganz bisschen noch runterkomm ich. Hammer! Hammer time. I touch you. Nein, 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 nein. Vielleicht war es so, dass er nur noch ein Platz, den wir frei waren im Becken. Weil jemand rausgeflogen ist. und deswegen ist er sofort wieder voll gewesen es könnte sich so zugetragen werden also eigentlich wird die Einladung auch nicht so an alle verschickt die in der Warteschlange sind es wird immer nur wenn ein Platz 2 ist und ein Spieler geschickt wenn der gerade Brain auf K ist oder Rüscher auf K ist das Team echt ein Problem so okay so man muss das hier mit dem Sprungtrampolin machen oh guck mal lasst es diesmal funktionieren oh Ladescreen ich liebe den Ladescreen ich will nicht das ist ich will nicht das ist ich will nicht das ist ich denke ich habe dieses Kind he made da wer frado haben wir mal gucken wieviel Erfahrung wir brauchen wie viel erfahrung wir schon wieder bauen. wir müssen ja nur bis 68 lernen. und dann? und dann haben wir die super awesome blitzking areas mit super viel erfahrung. ja super viel erfahrung. ja! weil ab 70 geht doch auch wieder so ein übelster sprung. ja, ein lichking sprung. da kaut es mir jetzt schon vor. und vor meinem fenster versammeln sich erste fanboys. irgendwas läuft da auf jeden fall. aber ich habe vorhin gezogen oder so. kann ich gerade nicht spotten was abgeht. ja, versage schon gegeben. wir haben ja heute, muss ich sagen, eine auszeichnung von youtube bekommen. ach ja, eine auszeichnung. ja, von youtube. naja, bekommt man halt. bekommen dann halt. na, eine auszeichnung, die bestätigt, dass wir gurus sind. gurus, ja. und max gesehene gurus. naja, von youtube. ne. 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 wenn man ein internet bomben will, wird man einen google server als erst bomben. ne. 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 Ich meine auch politisch, also auf dieser Karte. Ja, ich auch, Skuppi. Ich meine doch politisch, also auf der Karte. Wirst du jetzt nochmal hier, ne? Weil viele Leute denken, wenn man politisch rechts ist, ist man sofort rechtsradikal. Wie, warum kommst du denn nicht? Ich bin doch hier. Nee, das bist du nicht. Ich bin auf der Brügge vorne, da wo jetzt der Tod ist. Hätte ich gesehen, ich muss die Jungs jetzt sterben lassen und kommen. Wie gesagt, ich bin auch recht. Ich dachte politisch. Das ist gut. Das eigentlich schließt er als Anlänger. Das stimmt. Oh. Komm, 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 nein, ich muss hier weg. Stand. Ähm, vier. Funktioniert. So, was hast du denn? Boah, ich wollte mich wunderschubst. Das ist dieser Schamalik, das ist der, das ist der. Oh nein. Ich wohne, mein Gott. Ich werde diesen Namen niemals mehr vergessen. Wie lange spielt der denn? Der Verfolgte, den Stalker. Du bist ein Fanboy, ein Anti-Fanboy. Oh ja. Wir sind in seinen Battleground gekommen. Ein Hater. Ich finde das nicht witzig. Er ist ein Hater. Er kann doch ganz auf... Wie normaler Mensch einfach einen Kommen. Schau. Wie ein normaler Asozialer Mensch. Welche Level hat er denn? 68. Er ist hier, cool. Hilfe, cool. Mach mal weg. Ich geh hier rein. Ich, ich, ich charge. Ach, tschüss. Fuck. Aber kannst du mich hier? Jo. Du hast nur nicht weiter weg, glaube ich. Oh, wow. Ich wünschte, das wäre mehrere Leute gewesen, aber ich fürchte, das wäre der Schamann. Drei Sekunden Wartezeit. Perfekt. Wie alle hier unter meiner Hand so wegsterben. Ich fühle mich echt wie ein Arzt manchmal. Wie ein Arzt? Ja, mit dem Arzt habe ich es verstanden, Entschuldigung. Oh, meine, meine drei Sekunden sind abgelaufen. Ich komme. Boah, wir haben es hier geschafft. Wo ist der Feind? Das ist kaputt. Boah, mit diesen Schültern fliegen die Jules irgendwo. Ich bin hinter dir. Tala, lauf nicht weg. Boah, was war das denn? Boah, wir sind gut. Wir nehmen drei. Boah, hier ist so ein Krieger, der hat so eine Flagge und so ein Stuff. Oh mein Gott, sie kommen. Boah, wir müssen diese Flagge vernichten. Ich würde gerne in die Bubble. Hör du, wir ziehen uns zurück. Ich habe die Flagge. Wohin? Über die Brücke wieder. Ich werde es nicht schaffen. Ich muss hier weiter umfliegen. Geh ohne mich. Ja, ich komme mit. Ich habe die Flagge fallen lassen, Kohler. Ein anderer wird sie treuern, Kohler. Ich lasse dich nicht zurück. Er kann, wenn er verlangsamt ist, einfach weg sprinten und dann ist man verlangsamt weg. Ich lasse so gehen. Und einfach so low level. Schnell stürmt die Bastion. Stunt. Und dann, wenn dann noch so ein Mage-Programm ist. Nein, ich hab keine Ahnung. Ach, ist diese Kämpfe gegen Mage sind so vorhersecker. Man kommt an sie ran, blinzeln. Man scharrt, kommt nicht durch, wenn man dann noch...